Yo, so, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu The Assassin's Creed Origins. Schon wieder fast was Falsches gesagt. Ha ha ha, verarscht, so. Wo wollte man eigentlich hin? Kurz fix, wo wollte ich denn hin? Wollte ich hier hin? Genau das Wiesel hier war ja diese Nebenquest. Genau, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Wir haben uns ja das alles ein bisschen angeschaut. In der letzten Folge. Ha, 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 guck mal hier. Die Mauer ist nah schon da. Ja, Schäferspachtel, Freunde. Schäferspachtel. So, grüß Gott. Kann ich hier looten? Nein. Was, Burr? Ich darf hier durch. Mich wundert es, dass ich nicht angegriffen werde, anscheinend. Ja, Idioto, Idiota. Idiotin. Ne, so, wir werden jetzt mal die Quest machen. Werden den Kollegen mal ansprechen. Oder gibt's hier zum looten? Hat's das gespeichert gehabt? Ja, das hat er gespeichert gehabt. Okay. Hätte ich gesagt, machen wir die nächste Nebenquest. Wo ist nur dieses Mädchen? So ein Mädchen. Hallo, Entschuldige. Du, Neb, bist jung und deine Beine sind kräftig. Genau richtig. Vor kurzem kam eine Taube an. Ich schickte Ruja, sie zu holen, aber sie ist so unzuverlässig. Vermutlich himmelt sie den Waffenmeister an. Wenn ich sie sehe... Wie auch immer. Ich will den Brief. Laufe zum Taubenturm und hole ihn. Neuigkeiten sind sehr wichtig dieser Tage. Sicher, Verwalter. Ich sehe, was ich tun kann. Stefan Blodl, einen Vogel finden. So das Wiesel. Neue Quest, natürlich das Wiesel. Stufe 47, beziehungsweise 67 Meter entfernt. Stufe 14. Beitrifft Apollodorus, Verwalter, der ihn bittet, zum Taubenschlag zu gehen und einen Brief zu holen. Auf Apollodorus' Anwesen wartet der Verwalter Paties auf Ruja, die ihm einen Brief bringen soll. Als ihm das zu lange dauert, schickt Pelias stattdessen Baeck, um den Brief aus dem Taubenschlag zu holen. Habe ich das jetzt markiert? Entschuldige, ich muss mal kurz... Ich muss momentan Antibiotika fressen. Ich habe jetzt neue Tabletten gekriegt. Und die sind so bitter. Das ist zwar der gleiche Wirkstoff, aber andere Firmen. Und die sind so bitter, da kannst du einen halben Liter draufsauchen auf so eine Tablette. So, das dazu. Was macht denn der Hund da? So, auf zum Taubenschlag. Ist ja da gleich um die Ecken. So, wo ist er denn? Das ist ein Taubenschlag, Alter. Die Tauben sind ganz aufgeregt. Was ist denn passiert? Fortschritt bei dem So-Untersuchungsgebiet. Haben wir betreten. Oh, da gibt es einen Kratzer da drüben. Was ist da passiert? Ein böses Omen. Wie wurde diese Kohle verschüttet? Was hat das mit dem Vogel zu tun, vor allem, ne? Rätsel, überrätsel, meine Freunde. Ah, hier haben wir Blut. Sehr viel Blut. Wo ist die Leiche? Weil es so ein Haufen Blut ist, die ist da im... 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 Wo befinden sich... Ich gehe mal hier rüber. Ah, hier haben wir doch einiges. Eieieiei, was hier passiert? So ein Chaos. Achso, ein Chaos. Mehr net. Ich habe ja auch nochmal Blutspuren. Blut. Noch frisch. Killertauben, Alter. Da ist anscheinend... anscheinend gab es hier, also vermutlich gab es hier einen Kampf. Und ist dann da runtergestürzt. Das Geländer gab nach. Und jemand fiel herunter. Ja, und den hat es dann... ist dann da unten aufgeschlagen, der Kerl. Und dann... Ich frage mich, was für ein Kampf... Da gibt es auch keine Tatwaffe oder sonstiges. Das ist ein Taubenschlag. Was? Missionsgebiet verlassen. Willst du mich verarschen? Ja, wir haben doch hier schon überall interagiert. Ich guck mal hier nach unten nochmal. Wir müssen jetzt wahrscheinlich die Leiche finden, oder? Ach, Untersuchungsgebiete verlassen? Also müsste hier irgendwo noch der letzte Hinweis sein. Ist hier vielleicht irgendwas? Nee, ne? Ich sag mal, wo ist denn der letzte Hinweis jetzt? Ist der vielleicht da drin? Da ist nix drin. Sehr viel Blut. Wo ist die Leiche? Ja, das ist die Frage. Ich würde den Fokus nur ungern nehmen jetzt. Gerade, wenn wir nicht so sein. Ich verlasse hier dieses Gebiet. Das muss also hier unten irgendwo sein. Hier komme ich nicht rein. Blut. Noch frisch. Boah, ist das eine eklige Tablette. Entschuldige. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, der zeigt es halt mit der anderen, ne? Irgendwo ist doch... Es ist ja sein könnte, dass er da ist, aber da ist er halt auch nicht mehr. Weißt was? Wir kommen jetzt hier ewig lang zu. Ach, der zeigt es so auch gar nicht an, ne? Ich frage mich halt, was es mit der Asche zu tun hat. Ein böses Omen. Wie wurde diese Kohle verschüttet? Wurde diese Kohle halt, ne? Ah, Edzettler. Die ist da runtergefallen, okay. So ein Chaos. Ich mache jetzt noch mal hier alle durch. Das Geländer gab nach. Und jemand fiel herunter. Ja, soweit sind wir auch schon. Sherlock. Blut. Noch frisch. So, wir sind ja jetzt hier. Den Weg da, alles haben wir nachverfolgt. Herrlich, wunderbar. Sehr viel Blut. Wo ist die Leiche? Ja, Kreiz-Agrament. Wo ist denn die? Ah, da drinnen. Dein Ernst? Ich lasse dich nicht hier. Pelias muss die angemessenen Riten vollziehen. Ich dachte, wir müssen eine Taube suchen. Arme Ruja. Hättest du nur gewusst, wie man so einen Sprung macht. In was bist du hineingeraten? Bestien. In Menschengestalt fallen über die Schwachen und Machtlosen her. Wir können diesen Schakalen doch nicht einfach den Bauch hinhalten. Da hast du recht. Barjegmann, Freund. Selbe Idioten. Okay. So sorgt für eine angemessene Bestattung. Bei den Göttern. Oh ja. Warum nur? Sie wurde vom Taubenturm in den Tod gestürzt. Dein Brief. Wieso musste sie sterben? Dieses Abzeichen gehört Dymnos, unserem Waffenmeister. Wieso hatte sie es? Das werde ich herausfinden. Du armes, armes Mädchen. Mögest du ein Gefilde der Binsen wandeln. So, sprich mit Dymnos, dem Waffenmeister. Mein Bestie. Siehst du, der ist da gleich um die Ecke. Ach, aber schön habt ihr es hier. Ich habe es zwar schon in der letzten Folge erwähnt. Ach, habt ihr es doch schön. Ich mag ja so Grünzeug und so. Ah, herrlich. So, mein Bestie. Wieso ist es hier rot? Ehrlich? Ich wollte sie gar nicht töten. Nur eine Lektion für ihre Unverschämtheit erteilen. Sie weigerte sich, einen Brief vorzulesen. Du musst es Pelias gestehen. Ich schätze, du willst dieselbe Lektion wie Ruja. Du dummer Ägypter. Ich werde sie dir mit Freude erteilen. Komm, versuch's. Na ja, versuch's. So, sprich mit. Das muss der Brief sein. So, Dymnos, ich kann nicht glauben, dass du in den Dienst von Apollor Doris eingetreten bist. Er dient diesen Ägypterinnen in einem Land, in dem die Frauen in Steinen urinieren und die Männer im Sitzen. Dort ist alles verkehrt rum. Entschuldigung. Verlasse sie und komm zu mir nach Kyrene. Hier gibt es so viele fette Händler zu schröpfen. Alcantros. So, Eisen und Bronze auch noch kriegt vor dem guten Mann. Das ist schön. Den lassen wir jetzt einfach mal hier so flaggen, oder? Sicherheitshalber. Siehst du, ich habe ja meine Sichel. Hat voll geil geklappt, ne? Hat sehr, sehr gut Schaden gemacht. So, Freunde. Hier gibt es sicherlich nichts zu looten. Hier ist aber ein Haufen, Sperre, etc. Was ist da drüben? Das muss ich, ach nee, muss ich nicht. So, machen wir weiter. Verbringen wir die frohe Botschaft. Das ist der Waffenmeister kaputt ist. Hey, Pelias. Hau ihn herab. Pelias, mein Freund. Oh ja, das war sie. So, Quest abgeschlossen. Das Wiesel. 1.000 EB, sehr schöne Reihe. Ja, mein Gott. Sehr schön. So, als nächstes, wenn wir ja schon mal hier sind. Habe ich den Turm schon freigeschalten? Ich glaube schon, ne? Habe ich den freigeschalten, den Turm? Schon, ne? In der letzten Folge, glaube ich sogar. Warte, ich schaue mal, wo der mich hinführen möge. Nicht verarschen, wo muss ich denn da jetzt hin? Ah. Ah, cool, wir können jetzt hier mit rein. Ah, yes, was noch? War mir hier schon das letzte Mal? Ich glaube aber schon, ne? So, ist wurscht. Ähm, nächster Wegpunkt, beziehungsweise nächste Haltestelle. Ich möchte nur schauen, dass ich im Zielgebiet noch bleibe. Sehr schön, weißt du was, dann gehen wir gleich mal da rüber, zum nächsten. Zum nächsten Turm, wenn wir schon mal hier sind. Hey, kann ich mit dir nochmal sprechen? Der Brief enthält wichtige Informationen für Apollodorus. Ich sehe zu, dass er ihn bekommt. Wir alle müssen helfen, Kleopatras Plan zu unterstützen. Nur sie schert sich um die Menschen Ägyptens. Aber war das auch nicht so eine herrschsüchtige Diktatorin? Ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht sagen. Müsste ich lügen. Hui. Was ist da hinten? Wieso? Ach, ist hier cool. Was ist das schon wieder für eine Suppe? Ei, ei, ei. Da möchte ich auch nicht meine Haxen nahe hängen. So. Dann hätte ich gesagt. Hier wird es schon kein Krokodile geben, großartig. Oder rennt hier doch auch noch rum? Ah, guck mal hier dieses Blumenfeld. Ach, ist das schön. Freunde, ist das schön. Ach, hier bei dem Daubenschlauch. Ey, das sind Mordsgebäude immer, ne? Daubenschlauch. Apropos, wo ist denn eigentlich Sixes? Das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich ja eigentlich gehört habe. Wo ist denn wieder so eine Katz? Da ist sie, Mietz, Mietz. Na du. Ja, fein. In einer der vorherigen Folgen habe ich zwei aus Versehen getötet. So. Ähm, wir gucken mal. Ja, das werden wir mal noch lassen. Aber hier könnte es... Holla die Waldfee, hier könnte es noch eine Quest geben, beziehungsweise ein Papyrus-Rätsel, wo wir gleich machen können. Also, klar waren die wichtigsten oder die schnellsten Transportmittel, sag ich mal, wenn es jetzt geht, Nachrichten zu übermitteln. Wir synchronisieren. Geil, das einfach aussieht, ne? Was ist das eigentlich? Jetzt verfolgt mich die Katze schon wieder, oder? Alter, das gibt es doch nicht. Alter! Hey, ich bringe Unglück für Katzen, ne? Ich will es nur sagen. Auch die ist aber hübsch. Ja, fein. Alter, die die mir jetzt schon wieder auf den Nerven. So, egal. Ich laufe jetzt einfach mal hier weiter, hier entlang. Gucke ich mal hier, und was ist das? What's Treppen, Hibauri? So, dann hätte ich gesagt... Könnte man aber wirklich das gleich mitnehmen, ne? Ich glaube, das ist schon wieder so ein Gaunen-Unterschlupf, kann das sein? Ja, ja. So, Lager bei, was? So, erst mal die Jungs hier checken. Checky, checky, checky. Stufe 13. Ja, die Jungs sind alle machbar. Die Jungs sind doch tatsächlich alle machbar, hätte ich gemeint. So, gibt's vielleicht noch den ein oder anderen Schlawiner, ja, da drüben tatsächlich. Der Kollege ist auch gefangen, ne? Von allen guten Geistern verlassen. Ich habe gleich von allen guten Geistern verlassen. So, erst mal hier ne Falle legen. Ja, da bin ich. Ich bin der Falle, woher ich bin. Ich bin der Falle, oder? So, darf natürlich jetzt hier auch nichts vergessen. Ah, da sind aber noch einige da, hier. So, den Anführer würde ich gerne tatsächlich mir als letztes schnappen. Ich hoffe, hier sind tatsächlich nur die, die hier sind. So, hier haben wir ja einen Spezi. Das Problem ist, ich muss die Leichen jetzt mal kurz schnell irgendwo hinlegen. Sonst fällt es doch ein bisschen auf. So, da sind wir hier. So, da sind wir hier. So, da sind wir hier. Na, mein Freund. So können wir hier luden. Nee, können wir hier nicht. Ich werde den Zivilisten befreuen. Erst möchte ich mir aber noch den Kollegen schnappen. So, blündern wir natürlich. Lassen hier aber auch nichts liegen, natürlich. Ist klar. Luden, luden, luden. Luden, luden, nix luden. Okay. Okay, die Luft ist halbwegs rein. Jetzt mach mal nicht so an der mir. Wir müssen aufholen. Wir müssen gar nix. Schießt denn der hin? Nix, Meldung. Oh, du willst gar nix mehr, mein Freund. So, luden, luden, luden. 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 Das wird schon wieder. Wer weckt mich? Scheiße, so. Hier seid es. Der haut halt ab. So, der macht doch nix. Der ist doch ganz lieb. So, raubt ihr Angriff, schaltet die Bedrohung aus. So, das ist ja 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 so. Ist ja gut so, guck mal, ei, 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 luden, 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 luden. Sehr schön, dann kamen wir doch ein bisschen voran hier. Ein bisschen Goldmünzen. Und hier noch was? Nee, hier haben wir nix. Da nehmen wir das noch mit. Oh, leichter Bogen. Plus 8. Nice. Lager von Minotis. Geschafft, plus 400 EP. Oder hinten flackt Anna. Da drüben flackt ein Tode. Ich hoffe, der ist noch in unserem Gebiet. Luden? Nee. So, da liegt da der arme Mann. So, Rechessen. Md. 503 Meter. Wo ist denn der? Sagen wir mal, wie weit ist denn das? Da hinten ist der. Gut, weißt du was? Das machen wir dann morgen. In der morgigen Folge von... Beziehungsweise in der nächsten Folge von Assassin's Creed Origins. In diesem Sinne, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Euer Frankonia. Ciao. Ciao. Ciao.